Ein Neuzugang, C63 AMGS, Limousine aus Erstzulassung September 2016, 510 PS, knapp 73.000 Laufen, frisch reingekriegt. Wir machen kurz einen Soundcheck. Der ist natürlich unfallfrei. Wir haben ein Bohrmeister-Soundsystem. Außen schwarz, innen weiß. Gehen wir kurz nach hinten. So, alles Original am Fahrzeug, nichts nachverbastelt und einen hervorragenden Sound. Wir bieten das Fahrzeug für 49.950 Euro an. Wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, dann solltest du vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal.